Ja, herzlich willkommen zu unserem Webinar Recruiting Trends 2018 sind auch schon einige da. Wir hatten über 300 Anmeldungen. Die sind jetzt noch nicht alle da, aber mal gucken, wer denn noch dazu kommt. Also einen kleinen Moment vielleicht warten. Es gab auch wohl Anfragen. Hier sehe ich gerade noch wegen telefonisch einwählen. Und das habe ich jetzt mal die Telefonnummer reingegeben hier. Damit das vielleicht funktioniert, ist der PIN immer gleich. Das weiß ich leider auch nicht, Herr Jakobowski. Aber das ist jetzt bei diesem Webinar angegeben und hoffe ich mal, dass das auch dann so klappt. Also diese 221472. So, vielleicht erst noch mal eine kurze Frage. Hören Sie mich überhaupt? Ja, wunderbar. Das sieht schon ganz gut aus. Müsste. Super hat geklappt. Wunderbar. Auch bei der Beate. Alles klar. Gut, danke. Das reicht nicht, dass ich da nicht ins Leere spreche. Das wäre ein bisschen blöd. Frau zeigt genau, laut und deutlich. Wunderbar. Okay, gut. Ja, das wollen wir uns mal angucken, was so die Recruiting Trends 2018 sind. Wir hatten ja eine ganze Menge auch, die das beantwortet haben. Das waren, glaube ich, über 800, 900 Unternehmen. Aber die, die jetzt dabei sind, waren vielleicht nicht unbedingt dabei. Deswegen da vielleicht mal die erste Frage. Was sind denn so die größten, aktuell die größten Herausforderungen im Recruiting an sich? Und bei denen, die dabei sind. Und dann schaue ich mal hier, dass ich hier eine kleine Umfrage starten kann. Und dann schauen wir mal, was sie denn sagen, ob ihnen zu viel zu tun ist, ob es nichts zu tun gibt, ob es Bewerber zu finden das Problem ist. Oder das richtige Verhältnis zwischen Recruiting und Projektarbeit. Es kommt ja immer noch mal jemand, der sagt, dann können Sie nicht auch noch das machen. Und hier ist auch interessant, das Projekt vielleicht will man auch. Und dann könnte das vielleicht ein Grund sein. So gibt es schon ziemlich eindeutige Ergebnisse. Aber einen kleinen Moment warte ich noch, dass auch alle ihre, die möchten, ihre Stimme abgeben können. Und jetzt sage ich mal, 3, 2, 1, dann ist Schluss. So, haben auch fast über 100 schon abgegeben, ihre Stimme. Das sollte eigentlich jetzt reichen. So, dann gucken wir mal. Und dann halt, nein, erst mal Ergebnisse präsentieren. So, ich hoffe, Sie können das jetzt sehen. Also fast zwei Drittel haben gesagt, gute Bewerber zu finden ist das größte Problem. Dann zu viel zu tun. Entschuldigung, das Zweitgrößte ist das richtige Verhältnis zwischen Projektarbeit und Recruiting zu finden. Und 12% sagen zu viel zu tun. Und die Kooperation mit Fachvorgesetzten könnte auch noch besser sein. Und nichts zu tun hat fast keiner, obwohl ich gerade gestern noch, letzte Woche in einem Seminar noch mal die Aussage hatte, dass eine Recruiterin da sagte, sie hätte nichts zu tun oder zu wenig zu tun und wollte sich dementsprechend mal informieren, was man sonst so machen könnte, um an Kandidaten zu kommen, weil irgendwie kommen da keine. Und das müsste man noch mal ändern. Und dann, ja, das war ein Active Sourcing Seminar. Insofern konnten wir helfen. Gut, also das waren Ihre größten Herausforderungen. Gucken wir mal, was sonst noch so dabei ist, weil Herausforderung Recruiter ist auch eins der Themen, das hier gleich mit angesprochen wird. Aber erst fangen wir mit den Top-Themen an. Also was bewegt sozusagen in einem Recruiting-Strauß oder einem Strauß von Recruiting-Themen wie Recruiter, dann Recruiting-Technologie. Was wird da genutzt? Wie digital sind wir vielleicht auch schon oder auch nicht? Der Zugang zu Bewerbern, was hat sich da getan? Recruiting-Verantwortlichkeiten, wer rekrutiert eigentlich? Im Sinne von, ja, hat sich da, machen das jetzt alles schon richtige Recruiter, reine Recruiter, also im Sinne von dezidierte Recruiter oder machen das noch die Personalreferenten mit? Da schauen wir mal rein. Und dann auch Nutzung von Active Sourcing, Social-Media-Plattformen, Recruiting, was wird genutzt? Was hat sich da getan? Herr Hadell fragt hier, ob es die Präsentation nachher als Download gibt. Das nicht, aber Sie bekommen einen Link mit dem Report. Und da ist das dann drin, aber nicht die reine Präsentation hier, weil die noch etwas anders ist. Es wird auch aufgezeichnet und dann kann man sich das auch noch mal angucken. Gut, Kommunikationskanäle für Stellenanzeigen. Was hat sich da getan? Wo sollte man vielleicht demnächst mal seine Stellen kommunizieren? Weil andere machen das auch. Ja, und dann noch, wofür wollen dann die anderen auch mehr Geld ausgeben oder weniger Geld ausgeben? Und vielleicht kann man da sein Budget dann dementsprechend auch noch mal anpassen. Das ist so die Planung für heute. Und das hatte ich gerade schon gefragt als Umfrage an die Teilnehmer jetzt. Was sind die größten Herausforderungen für Recruiter? Und da sehen wir hier auch gute Werber zu finden. Was auch bei Ihnen jetzt die größte Problematik ist, ist auf Platz 1 hier. Ich gucke da mal nach, dass ich das zeigen kann. Ja, genau so. Und offene Stellen zu besetzen, was vielleicht ähnlich ist, dann wie gute Werber zu finden, ist auf Platz 2. Zu viel zu tun. Auf Platz 3, das war ja bei uns auch so, das richtige Verhältnis zwischen operativen Recruiting-Projektarbeit. Ich konnte nicht alle Möglichkeiten anbieten, auch auf Platz 4. Dann Bewerber kontaktieren. Dann kommen wir zu den anderen Sachen hier, die ganz unten sind. Also nichts zu tun, Vertragsverhandlungen, Bewerbungen zu lesen, Interviews vereinbaren. Das sind alles nachrangige Probleme. Ich glaube, welche zu finden, mit denen man dann, die man kontaktieren kann oder die man zu Interviews vereinbaren kann, ist das größere Problem. Obwohl schlechte Stellenausschreibung ist vielleicht hier noch ein verkanntes Problem. All die Stellenanzeigen verursachten ja auch die schlechten. Wenn sie schlecht sind, dann auch das gute Werber kommen. Und insofern hängt das auch damit zusammen. Da sollte sich der eine oder andere noch mal angucken, ob sie den richtigen Jobtitel haben oder das reingeschrieben haben, was die Bewerber möchten und solche Sachen. So und dann, welche Themen treiben die Recruiter um im Jahr 2018? Recruiting ist ja ein weites Feld auch. Auch dann wieder auch nur ein kleines Feld im Rahmen des gesamten HR. Aber auch im Recruiting gibt es verschiedene Themen, die man da nutzen kann und bearbeiten kann. Und es gab eine kleine Veränderung hier auf den Spitzen, auf den Top-Themen. Also das, was hier weiter oben ist, im 90 Prozent hier knapp sagt Recruiting von Berufserfahren. Das ist auch ein anderes Wort für Fachkräftemangel, ist das Top-Thema. Also Leute zu finden, die direkt sofort den Job machen können und nicht erst ausgebildet werden müssen, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Das ist das größte Problem. Ist auch etwas mehr geworden als Arbeitgeber-Image, Employer-Branding. Recruiting im Sinne von uns kennt keiner hier. Das ist natürlich eine Auswirkung dessen, dass dann Recruiting von Berufserfahren schwierig ist. Die Unternehmen, die eine sehr gute Arbeitgeber-, sehr bekannte Arbeitgebermarke, sehr bekannte und gute Arbeitgebermarke haben, die haben es immer noch nicht ganz so schwer wie die anderen. Es sei denn, sie haben einen dermaßen Bedarf dagegen, wie jetzt mal für die Bahn. Die muss da sehr, sehr viele Leute einstellen. Dann nützt auch die gute Arbeitgebermarke noch nicht alleine was. Andere, die kriegen Bewerbungen, ohne dass sie viel machen müssen und haben gar nicht so viele Jobs. Was gut erkannt worden ist, ist, dass das Recruiting professioneller werden muss. Hier auf dem dritten Platz in grün. Das sind schon knapp 85 Prozent, die sagen, ja, wir haben erkannt, also so wie wir es früher gemacht haben, geht es nicht weiter. Wir müssen was tun. Social Media Recruiting ist wieder auch hier auf den letzten zwei Jahren stark gestiegen, hier nach oben gekommen. Mittlerweile funktioniert das bei einigen wohl auch dann recht gut, sodass wir das weiter ausbauen wollen. Candid Experience ist leicht abgenommen, wobei ich dann sagen muss, eigentlich, wenn man gute Leute haben will, sollte man sich auch gut behandeln, die Bewerber, die wenigen, die kommen. Insofern dann sollte das, die Candid Experience weiter nach oben rutschen. Es kann natürlich auch sein, dass die Unternehmen sich schon gesagt haben, ja, da machen wir jetzt schon einiges. Es ist jetzt nicht mehr unser Hauptthema. Das haben wir schon optimiert, aber das sehe ich noch nicht so, wenn ich immer auf die Webseiten gehe, auf die Karrierseiten gehe und schaue mal, was den Bewerbern angeboten wird. Und auch nur mal Frage, haben Sie sich mal bei sich selber beworben? Das ist dann schon recht dünn. Also da hoffe ich mal, dass das Thema Candid Experience noch mal wieder weiter nach oben kommt. Ein bisschen angestiegen ist das Thema Active Sourcing. Das ist ja auch ein Dauerbrenner in den letzten Jahren. Und da tut sich auch einiges. Das Auswahlverfahren ist hier überraschenderweise wieder gestiegen. Habe ich aber auch bei einigen Anbietern gehört, dass da starke Nachfrage ist. Was mich eigentlich wundert, weil wenn man kaum Bewerber hat, dass man dann viel Wert auf die Auswahlverfahren legt. Aber man soll mit der Empirie ja nicht streiten. Insofern gebe ich das mal kund, dass die Auswahlverfahren wieder ein Thema geworden sind. Wir gucken dann bei der Recruiting Software, ob sich das auch da zeigt. Aber hier als Thema scheint es wichtiger geworden zu sein. Was Sie noch gesagt hatten, das Verhältnis zu Fachvorgesetzten ist ein wichtiger gewordenes Thema. Vor dem Hintergrund, auch über die letzten Jahre schon stark am Steigen. Vor dem Hintergrund, dass Sie als Recruiter wahrscheinlich verstanden haben, dass der Markt enger geworden ist. Aber wie das so ist, wenn man halt zum Beispiel eine seltene Wohnung sucht, dann macht man sich keine großen Gedanken darum, wie schwierig es ist, welche zu bekommen. Und selbst wenn man in der Situation ist, dann kann man es gar nicht glauben, dass es so ist. Und so ähnlich ist es bei Fachvorgesetzten auch, wenn Sie nicht dauernd Leute einstellen, dann haben Sie es vielleicht noch nicht so schnell mitgekriegt, dass da was ist. Vielleicht grundsätzlich ja, aber wie schlimm es tatsächlich ist. Wir machen da mal schöne Vergleiche und können dann schnell zeigen, da sind irgendwie nochmal 250 oder 400 andere ähnliche Jobs am gleichen Ort, gegen die man sich durchsetzen muss. Und das zu zeigen, sensibilisiert dann auch nochmal die Fachvorgesetzten dabei. Insichtlich zu unterstützen zur Professionalisierung des Recruitings passt auch das Recruiting-Controlling, wie er auf ein stärkeren Bewusstsein bekommen hat. Also auch da, es geht dann ein bisschen in die richtige Professionalisierung allgemein. Das hilft natürlich auch insgesamt bei der Recruiting von Berufserfahren, beim Employer-Branding. Talent-Relationship-Management, auch ein Mittel zum Zweck, hat hier deutlicher Deutschsteigerung erfahren. Das sind so die Top-Themen, wo dann die Wichtigkeit jeweils über 60% eigentlich bei den Unternehmen ist. Herr Strauß geht noch ein bisschen weiter. Ich habe sie mal Emerging-Trends genannt. Und Sie sehen, man konnte hier aus einer Liste von 25 oder noch mehr Themen was auswählen. Also insofern mussten Sie sich schon gut durchsetzen dann dabei, die Themen, die ganz oben stehen wollten. Und hier auf der weiteren Skala gucken wir mal ein bisschen weiter unten, was könnte so kommen. Also Personalabbau ist nicht mehr so das Thema. Das passt auch gar nicht mehr. Data-Driven Recruiting ist hier, wird noch gehypt, etwas mehr als um die 10%, 12, 13, 14% ist gerade Data-Driven Recruiting das Thema. Oder, ne, da habe ich Outsourcing von Recruiting-Prozessen, Entschuldigung. Data-Driven Recruiting ist dieses hier, das geht etwas runter. Das war noch genau, was interessant war eigentlich, was ich mir auch gar nicht erklären konnte. Weil das nächste hier, nämlich Roboter Recruiting, wird erst seit 2016 erfasst. Vorher gab es noch nicht allzu viel. Also Chatbots, Algorithmen, Big Data-Nutzung. Das ist hier einen kräftigen Schub. Also relativ gesehen natürlich jetzt von, was war das hier, so 15% auf etwas über 20%. Das ist jetzt ein relativer Schub von 30%. Das ist eine ganze Menge. Aber parallel dazu ging dann eben Data-Driven Recruiting runter, was eigentlich nicht so zusammenpasst, weil die Daten für das Roboter Recruiting, also für die Big Data, müssten ja irgendwo erst mal gemessen werden, um dann zu gucken, ob sie auch funktionieren. Und das macht man mit Data-Driven Recruiting, also datenbasierte Entscheidungen im Recruiting. Und das müsste eigentlich parallel gemeinsam hochgehen. Tut es aber nicht. Das müssen wir weiter beobachten, wie das im nächsten Jahr denn dann so genau aussieht. Ja, was haben wir sonst noch hier? Diversity ist irgendwie ein bisschen hochgegangen, kräftig. Da sieht man hier noch einen Anstieg. Die anderen dümpeln hier so ein bisschen quer. Das sind auch 60, 70%. Also es ist nicht ganz dümpeln, aber es ist nicht gestiegen. Es hat sich da nicht so viel getan. Mobile Recruiting ist jetzt auf dem Plateau angekommen. Wir haben jetzt etwas über 60%. Die sagen, es ist wichtig. Die meinen, die haben es auch erledigt. Aber da sind noch viele, wo es Mobile Recruiting noch nicht ganz so weit ist. Und auch da bleibt noch einiges zu tun. Auch da deswegen eine kurze Umfrage. Wer von Ihnen nutzt denn schon jetzt hier Robot Recruiting, Chatbots, Algorithmen in seinem eigenen Recruiting? Man hat ja manchmal den Eindruck, also mal gucken, wo die Frage ist. Da ist sie. Man hat manchmal den Eindruck, dass jeder schon ein Chatbot hat oder eigentlich haben müsste. Und jetzt die Fragen, die Angegabenmöglichkeiten sind, ja, nein, ist geplant. Mal gucken, wie dann die relativ bei Ihnen aussieht. Wir haben momentan jetzt auch 160 Teilnehmer. Kann ja auch schon mal als Indikator sein. Und ja, auch da gibt es schon eindeutige Themen hier. Eindeutige Schwerpunkte in der Aussage. Das kann ich schon sehen. Also das ist der Eindruck, dass schon fast jeder ein Chatbot hat oder mit Algorithmen arbeitet oder künstliche Intelligenz einsetzt. Das ist tatsächlich, also auch nachdem in Ihrer Zusammensetzung bei diesem Webinar so nicht. Ich zeige mal die Ergebnisse jetzt. Wir haben noch 120 Teilnahmen. Sehen Sie hier, nein sagen 80 Prozent und ja sagen nur 6,7 Prozent. Das ist geplant, aber da soll was gemacht werden. Dann ist noch, die Mehrheit macht das eben nicht. Das ist noch so ein Halbthema. Und das ist das, was ich meinte. Wenn man hier nochmal kurz zurückgeht. Roboter Recruiting ist hier bei etwas über 10 Prozent. Wo ist es da? Oder 20 Prozent sogar. Und bei Ihnen waren es jetzt mal 6,7, die es nutzen. Also auch da scheint mir ein kleiner Bias drin zu sein in der Befragung, dass da noch Unternehmen teilnehmen, die da vielleicht schon ein Stück weiter sind, die auch gern wissen wollen, was machen die anderen. Und so, wenn da noch die Realität sogar noch anders aussieht. Also seien Sie beruhigt, wenn Sie noch kein Chatbot haben. Das haben die anderen auch noch nicht. Wie sieht es denn überhaupt mit der Digitalisierung aus? Sollte ja mindestens das Jahr der Digitalisierung sein, 2018. Wo ist denn der Status? Wir haben, also das habe ich mal rausgenommen. Die haben knapp über 70, 80 Prozent, haben Bewerbermanagement-Systeme. Aber dann, was kann man sonst noch machen? In der Digitalisierung des Recruiting, Social Media Recruiting, da haben wir so drei in der Spitze. Social Media Recruiting, Candidate Experience und Active Sourcing. Und Mobile Recruiting. Die vier, die sind alle hier vorne um die 80, 90 Prozent in der Wichtigkeit. Und Mobile Recruiting ist bei 64 Prozent jetzt hier. Und da sehen Sie auch die absoluten Zahlen hier für Data-Driven Recruiting. Was ja eigentlich auch eine Digitalisierungsfrage ist. Nur wenn man es digitiert. Man kann natürlich auch seine Excel-Listen auswerten. Aber das ist kein Data-Driven Recruiting im nachhaltigen Sinne. Und das Roboter-Recruiting ist hier von 15 auf 21 Prozent gestiegen. Also da tut sich was. Aber es ist noch auf niedrigem Niveau. Hier sind die Themenfelder, wo tatsächlich digital rekrutiert wird. Social Media Recruiting, Candidate Experience, Active Sourcing und Mobile Recruiting. Also auch da, was noch immer noch kommt an Themen. Die unteren, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und jedes vierte Unternehmen oder jedes fünfte Unternehmen macht das bisher erst. Welche Recruiting-Technologien werden genutzt? Ups, das war zu schnell. Habe ich gesagt. Bewehrmanagement-System machen die meisten schon. Das ist hier die Software zur Bewerberverwaltung. Das ist bei über 70 Prozent Unternehmen. Und da gibt es immer noch welche, die gerade, die müssen noch was tun. Die arbeiten noch mit Excel-Listen. Gerade im Kleiner, bei kleineren Unternehmen. Aber auch teilweise bei größeren Unternehmen. Man muss sich immer wundern. Und da werden jetzt einige noch was nachlegen müssen, wenn es jetzt zum Thema 25. Mai geht. Datenschutz-Grundverordnung. Da haben dann ja Bewerber bestimmte Rechte, die man dann erfüllen muss. Und ja, wenn man da das dann nicht erfüllen kann, wie zum Beispiel, geben Sie mir mal alles, was Sie über mich wissen. Oder alles, was Sie über mich gespeichert haben. Und da hat er ein Anrecht drauf. Das muss relativ schnell auch gehen. Ja, und dann fangen Sie an, in Excel-Listen zu gucken. Und in den E-Mail-Accounts. Dann haben Sie Schwierigkeiten, das alles da erstmal zu anzugeben. Und dann, wenn dann die Aussage kommt, ja bitte mal löschen. Dann machen Sie das mal. Löschen Sie mal bei allen Ihren E-Mail-Accounts das erstmal separat raus. Und in Excel-Listen dann raus. Da wird noch die Nachfrage, nehme ich mal an, nach Bewerber-Management-System steigen. Ich kann da auch gerne darauf verweisen, wir haben ja einen E-Recruiting-Software-Report gemacht. Also für verschiedene Unternehmensgrößen. Auf Kundenberatung, Kundengröße auch die besten auf Kundenbasis genommen. Ich kann Ihnen im Nachgang dann auch mal einen Link dazu schicken, wenn Sie das möchten. Und dann können Sie mal sehen, wenn Sie dann Bewerber-Management-Systeme also noch keins haben, dann ab Sie dann bis zum 25.9. Es gibt so Cloud-Lösungen, die sind ja von zwei Tagen installiert und kosten wie 50 Euro im Monat. Also man kann da auch sich schnell absichern dabei. Dann Software zur Suche von Bewerbern, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, wie Dexing Talent Manager, LinkedIn Recruiter. Hat hier stark angezogen, 2016, jetzt auf dem Plateau hier. Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen nutzt sowas schon. Und als drittes sind die Multi-Job-Posting-Lösungen, also eine Vakanz einmal zu erfassen und dann bei 50 bis 250 Jobportalen zu posten. Das ist ja so bei 30 Prozent der Unternehmen nutzen sowas, die dann dadurch mehr Reichweite generieren, einerseits mehr Reichweite generieren, auf der anderen Seite aber auch bei der Google-Suche besser dastehen. Wenn Sie alleine was schalten oder bei drei oder vier Jobportalen was schalten, dann ist die Google-Wirkung natürlich nicht so groß, als wenn Sie bei 250 Jobportalen was schalten. und da haben das dann auch schon einige gemerkt und haben dann gesagt, okay, lass uns mal unsere Reichweite etwas erhöhen. Danach geht es hier in den unteren 20er, 10er Bereich. Das sind hier die Social Media Management Lösungen, Mitarbeiter-Empfehlungsplattformen wie First Bird, Empfehlungsmanager von Xing Talent Tree. Die sind, ich gucke, etwas gestiegen hier auch oder deutlich gestiegen sogar. Die sind erst in den letzten Jahren erfasst worden, bis vorher gab es sie noch nicht. Software-Auswahl, Beurteilung von Bewerbern. Das sagte ich schon, das passt jetzt nicht so. Die Nachfrage ist runtergegangen, die Wichtigkeit ist gestiegen. Also vielleicht wollen Sie jetzt auch nicht mit Software die Auswahl betreiben, dann der Kandidaten, die Sie haben. Aber die Nachfrage ist runtergegangen und die Nutzung ist runtergegangen, nicht nur die Nachfrage, aber die Bedeutung ist gestiegen. Da vielleicht das Human Touch kommt dann da rein, das kann man noch nicht sagen. Wer wiedergekommen ist, sind hier so Video-Interview-Lösungen. Die waren ein bisschen runtergegangen, jetzt sind sie wieder deutlich am Steigen. Also wie Camillo und Oviasto, nicht Skype. Also zeitbar setzte Video-Interview-Lösungen, die man dann im Verlauf des Recruitingsprozesses ganz gut einbauen kann, wenn man erstmal so einen persönlichen Eindruck von Kandidaten bekommen möchte oder erstmal die Reisekosten sparen will. Das haben wir sonst noch hier ganz wenige. Candidate Leadership Management Software so ein bisschen vorgelagert vor die Bewerber-Management-Systeme von Bewerbern, die man jetzt, also von Bewerbern nicht, sondern von Kandidaten tatsächlich, die man jetzt noch gar nicht hat oder die noch keine Bewerber sind, die man schon hat, mit denen man schon in Kontakt bleiben will, um sie dann später zu Bewerbern zu machen. Das ist auf niedrigem Niveau auch noch ein bisschen gestiegen. Talentsuchmaschinen wie Talentwunder, jetzt die Frage, welches Datenmaterial wurde zur Evaluierung der Trends benutzt, also habe ich nicht gesagt. Es sind bei der Befragung haben so ungefähr 800, 900 Firmen teilgenommen. Und hier unten steht drin, die nennt sich immer die Cobaltes-Recruitment-Erhebung 2012 bis 2017. Das sind also insgesamt dann über sechs Jahre mal zwischen 600 und 900 Firmen, sagen wir mal 800, also ungefähr 5000 Firmen, die jetzt da in den jeweiligen Jahren insgesamt dann teilgenommen haben und deren angegebenen Daten dann zur Verfügung gestellt werden. Aber gerne bei den einzelnen Reports kann man dann auch nachgucken, welche die zusammensetzen. Das war die Antwort auf Frau Lüthi-Johans Frage. Was haben wir sonst noch? Onboarding-Software ist nicht so viel. Das machen nur wenige. Das ist natürlich ein Teil der Kending Experience, durchaus ein interessantes Thema. So, wie sieht es mit dem Zugang zu Bewerbern aus? Kommen Sie da überhaupt ran an die Bewerber, die Sie dann suchen? Und das hat sich auch geändert. Es wird immer gefragt, ob Sie Schwierigkeiten haben, an Bewerber zu kommen. Und es gibt auch Unternehmen hier ganz unten, wir haben keine Schwierigkeiten, unsere offenen Stellen mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. Das ist aber so beim 5-Prozent-Rahmen. Die, die große Schwierigkeiten haben, liegen da schon drüber. Und deutliche Schwierigkeiten haben hier schon 30, 40 Prozent. Auch das ist in den letzten Jahren jargisch liegen. Reziprok dazu ist dann leichte Schwierigkeiten, geht hier runter. Also der Anteil derer, die nur leichte Schwierigkeiten haben, hat man abgenommen von 60 Prozent bei 2014 auf 50 Prozent 2017. Insofern, man sieht hier, das wird nicht einfacher, Kandidaten zu finden und an den Arbeitsmarkt ranzukommen, der für einen relevant ist. Und ich will Ihnen auch nicht zu viel versprechen, dass das wieder besser wird. Wir haben ja einmalseits die demografische Entwicklung, dass wir weniger Leute haben und auf der anderen Seite dann, wenn es nochmal eine Wirtschaftskrise gibt, dann brauchen wir auch nicht mehr so viele Leute. Dann nützt es uns nichts, wenn die Stellen leichter zu besetzen wären. Dann, anderer Punkt ist vielleicht nochmal die Digitalisierung, also dass wir aufgrund der demografischen Entwicklung zu wenig haben. Und dann bei der Digitalisierung dann vielleicht weniger Arbeitsplätze brauchen, also nicht unbedingt jetzt einzelne Jobs, aber weniger Tätigkeiten, bestimmte Tätigkeiten weniger. Aber wenn man sich das anguckt, wir haben ja auch seit 20, 30 Jahren kräftig automatisiert und die Anzahl der offenen Arbeitsplätze und die Arbeitslosenquote ist kräftig runtergegangen. Ich habe ja noch eine Frage. Können Sie sagen, was Mitte 2014 Knick bei den oberen Kurven verursacht hat? Nein, ich kann das nur versuchen zu interpretieren. Das ist dann die Empirie, die dabei rauskommt und wir versuchen uns dann Gedanken zu machen, woran es liegen könnte. Das kann ich leider nicht. Also, das ist immer der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Die Gründe, da sind Ihre Gedanken vielleicht genauso gut wie meine, aber die Vermutungen sind da durchaus berechtigt. So, dann wer rekrutiert eigentlich? Wenn es also schwierig ist, wer macht das eigentlich? Und da ist als erster wichtiger Bestandteil hier davon, die meisten, die es machen, sind 60 Prozent, sind Fachvorgesetzte und interne Rekruter gemeinsam. Das heißt jetzt allerdings auch, dass dann die Personalreferenten oder die Personalabteilung da erstmal raus ist, weil das die Fachvorgesetzten und die Rekruter zusammen machen. Bei dem zweitgrößten Anteil, etwas über 30 Prozent hier, sind das Personalreferenten als Teil ihrer normalen Tätigkeit. Was auch interessant ist, dass das noch stärker gewachsen ist. Also, alles gewachsen ist kann eigentlich gar nicht sein, aber es gibt mehrfach Benennungsmöglichkeiten, weil Unternehmen ja auch durchaus unterschiedliche Prozesse fahren kann. Aber das Personalreferenten dann als Teil ihrer Tätigkeit, das ist ja das normale Personalreferenten-Modell, oder bei vielen Unternehmen noch das normale Personalreferenten-Modell. Das schützt natürlich an Grenzen, wenn Sie Leute suchen müssen, für die Sie sonst nicht gesucht haben und auch da den Arbeitsmarkt, den harten neuen Arbeitsmarkt nicht so gut kennen und dann das auch noch mitmachen müssen. Das wird sehr, sehr schwer. Was macht man dann? Ja, man muss das dann an Personalvermittler, Personalberater geben, wenn man selber nicht weiterkommt. Wenn eine Anzeige schalten, nichts genutzt hat und nochmal eine Anzeige schalten, auch noch nicht so viel genutzt hat, dann wird ins harte Brot gewissen und dann der Personalberater, Personalvermittler beauftragt, der aber auch Schwierigkeiten hat. Also, das dann sozusagen dem Hausarzt zu überlassen, dann einen Beinbruch zu behandeln, ist auch vom Unternehmen etwas fahrlässig, deswegen plädiere ich gerne für dezidierte interne Rekruter. Jetzt kommt die Frage hier, dezidierte externe Rekruter abgeblieben, muss ich mal gucken. Dezidierte interne Rekruter sind auf Platz 3, haben andere auch erkannt, dass das Sinn machen könnte. Mischung aus internen und externen Rekrutern. Also, ich meine, die sind hier, die orange nennen, das ist eine gute Frage. Wo sind die eigentlich? Die sind orange und hier gar nicht gut zu erkennen, weil eigentlich müssten die Hellsässer, das muss ich nochmal nachgucken, ich kann es Ihnen nicht sagen, weil eigentlich müsste es in der Grafik drin sein, also hier direkt unter dem Personalreferenten, internen Rekruter gemeinsam, also hier bei dem Niveau. Ob das überdeckt wird, kann ich gar nicht sagen, aber wo sind die geblieben? Gute Frage, ich kann sie auch nicht sehen. Ganz unten zu sehen bei 2014, da, da sind sie ja, ach so, ja, okay. Da kann man ein bisschen orange sehen und dann geht es hier dann vielleicht damit, also tatsächlich eine Verdeckung, das kann durchaus sein. Danke. Mit von Rosa überdeckt, ja, muss wohl. Recruiting vollständig outgesourced. Ich habe die Anfänge mitgemacht, der Recruiting Outsourcing auch als Access damit angefangen hat und Infineon da die ersten waren, die dann da Recruiting outgesourced haben. Da wurde also ein blendender und blühender Markt im Recruiting Outsourcing versprochen. Ich habe selber bei SAP in meiner Zeit, habe ich 20, 30 Outgesourced, also Recruiting Procet Outsourcing Leute gehabt. Das wäre dann eher mir hier so reinfallen, teilweise outgesourced, weil ich ja noch interne parallel dazu hatte. Aber das ist nicht ein Riesenmarkt geworden, dass so viel ausgezourced worden ist, wie die Unternehmen das sich gedacht haben. Es gibt auch mittlerweile mehr Anbieter, aber das ist nicht so ein Riesenmarkt geworden. Das ist auch ganz interessant. Man sieht das eher so bei Unternehmen aus den USA, die dann die Kosten variabel haben wollen und das Modell aus den USA gewöhnt sind, die machen das dann. Aber bei anderen halten doch ganz gerne das Wissen und die Fähigkeiten auch bei sich. So was haben wir hier. Recruiting Outsourcing gar nicht so unüblich. Nein, das ist durchaus, es gibt bei Größeunternehmen durchaus, ist es auch so. Ich war ja, wie gesagt, bei SAP haben wir es ja auch gemacht. Dann werden wir da mal Teile outgesourced, dass man dann für bestimmte Zielgruppen das outsourced oder eben teilweise outgesourced wird, wo dann eben bestimmte ganze Vakanzen outgesourced werden oder eben Teile des Prozesses outgesourced werden. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so ein Boom gewesen, wenn ich mir die 2012, ich rede jetzt schon von Infineon und Philips damals noch, das ist schon 15 Jahre her. Also es ist jetzt nicht, dass es jetzt ein Riesenmarkt geworden ist, auf den alle oder einen Riesenzug auf den alle eingesprungen sind. Das hat mich ein bisschen überrascht eigentlich. Es sind immer noch sehr viele Personalreferenten als Teil ihrer normalen Tätigkeit. Ich habe auch mittlerweile eine Befragung gemacht, was denn so, wenn wir über Recruiter reden, was machen die denn eigentlich? Und da haben auch schon über 400 Recruiter teilgenommen. Das werde ich demnächst mal kommunizieren, dass man mal sehen kann, wenn man über Recruiter redet, reden wir über dasselbe eigentlich oder reden wir über ganz unterschiedliche Arten von Recruiter. Aber wie gesagt, das dauert noch einen Moment, das muss ich erst einmal auswerten. So, wie sieht es mit Active Sourcing aus? Da, auch schon seit 2012, das war sogar 2010, habe ich nochmal Werte, die sind allerdings deutlich niedriger. Da ist es jetzt 2015 etwas gefallen. Das scheint mir so, als wenn da viele mit angefangen haben. So ein Gartner-Cycle, so ein bisschen, so ein Hype. Weil 2010 oder 2011 war das hier noch so bei 12, 15 Prozent. Und dann richtig hochgegangen ist und dann kam so ein Tal der Ernüchterung. So ein bisschen, dass sie gesagt haben, oh ja, okay, wir haben es versucht. Klappt nicht immer, so ich höre das manchmal. Ja, wir haben dann so einen Praktikanten oder eine Werkstudentin dran gesetzt, sie sollte mal für uns suchen. Und kam irgendwie nichts daraus und dann haben wir es wieder gelassen. Diese Leute sind, glaube ich, gar nicht bei Xing oder LinkedIn. Dass das möglicherweise ein Trugschluss war, haben dann vielleicht einige dann hier auch festgestellt, haben dann gesagt, okay, da kommt doch was daraus, wenn wir das vernünftig ansetzen. Und jetzt hat sich das zumindest etwas stabilisiert auf über 50 Prozent. Wollen wir mal schauen, wie es denn 2018 weitergeht. Das mit dem Knick aus der Folie, das kann man nicht immer alles, das war ein anderer Knick, hieß der Knick 2015 und nicht 2014. Also das ist ein anderer Knick. Nicht alle Knicks 2014 sind die gleichen. Das kann man so nicht sagen. Aber danke für den potenziellen Hinweis. Ja, also das ist mittlerweile sagen über 50 Prozent der Unternehmen, dass sie zusätzlich zur Anzeigenschaltung proaktiv auf Xing, LinkedIn, Facebook oder mit Hilfe von Google nach potenziellen Kandidaten suchen. Ja, und wenn Sie suchen, welche Plattformen, Netzwerke werden denn für das Recruiting eingesetzt? Und da kann man hier ganz klar auch sagen, Xing dominiert das immer noch mit fast 60 Prozent. Bisschen hoch und runter. Darf sich aber nicht ausruhen, wenn ich mir hier LinkedIn angucke. Da unten waren die noch ganz weit weg. Das waren hier fast 40 Prozent Abstand. Und jetzt sind es nur noch 20 Prozentpunkte Abstand hier. Also das ist, wenn man die Linie weiterzeichnen würde, wären es vielleicht zwei Jahre noch, dann würde sozusagen die Nutzung Xing und LinkedIn parallel laufen. Oder der eine würde den anderen überholen. Also noch ist Xing da ganz vorne. Aber Geowettungsplattformen sind gekommen. Also hauptsächlich Kununu, aber es gibt dann noch ein paar andere, sind da fürs Social-Media-Recruiting gekommen. Und dann haben wir als nächstes noch Facebook. Ist auch ein Knick gehabt, auch in 2014. Und dann ist es wieder aufgestiegen und wird jetzt auch stark für Recruiting genutzt. Jetzt ist die Frage, ob das jetzt immer noch so gut klappt, wo sie den Algorithmus umgestellt haben und dass die Nachrichten gar nicht mehr durchkommen, außer von dem eigenen Netzwerk. Mal gucken, ob das dann eher dann im Targeting umläuft, aber dass man einfach schaut, wie man die Leute erreichen kann. Aber dadurch, dass Facebook hat so viele Mitglieder und die auch jetzt mehr und mehr die Arbeitgeberdaten erfassen und mittlerweile es auch Tools gibt, wie man Facebook dann auch für Active Sourcing sogar nutzen kann, nicht nur für das passive Recruiting, kann das durchaus interessant sein. Und die, die vielleicht auch schon Chatbots haben, haben schon mal ausprobiert, dann ihre Facebook-Anzeigen mit Chatbots zu unterlegen, statt mit Landingpages und haben dann dadurch deutlich höhere Konvertierungsraten erreicht. Das kann in dieser Linie verborgen sein. Das haben wir hier noch unten. Google ist hier noch. Dann geht es wieder so in die Richtung, machen alle schon Pinterest, Instagram, Snapchat. Sie sehen es hier unten. Noch so eine Halbgeschichte. Sehr, sehr wenige, die tatsächlich schon Snapchat oder Instagram oder auch WhatsApp für Recruiting nutzen. Das sind immer so einige, die es ausprobieren. Und dann guckt man sich es an, oder die Mehrzahl, einer guckt sich es an und sagt dann so, ja, lass die mal gucken. Vielleicht kommt da was bei raus, vielleicht ist das interessant. Dann machen wir das auch mal, aber lass die erst mal ihre Fehler machen und dann gucken wir mal, ob wir dann hinterher kommen oder nicht. Weil es kann durchaus sein, dass dann bei einigen nichts rauskommt. Und manche Netzwerke gibt es vielleicht in der Zeit gar nicht mehr, wenn man da einsteigen will. Aber das kann man zumindest sagen, da im unteren Bereich, hier da unter 5%, da sind alles Snapchat, Pinterest, Instagram und WhatsApp zu finden. So, wo werden Stellenanzeigen kommuniziert? Dann wollen wir mal gucken. Jetzt Frau Zeimt gemeint, die Mehrzahl der Mitarbeiter, der Unternehmen hat gar keine Manpower dazu. Ja, das ist natürlich richtig oder wahrscheinlich sogar. Aber das kann ja auch sich noch ändern, wenn das Recruiting aus der Kostenecke rauskommt. Wenn nämlich die Unternehmen mehr und mehr ihre Projekte vielleicht nicht mehr staffen können oder sogar welche ablehnen müssen, Aufträge ablehnen müssen, weil sie keine Leute haben. Dann wird das strategischer und dann ist auch die Bereitschaft da, Manpower und Kosten dann auch dementsprechend anzupassen. Dass dann auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, weil dann ist es eine Investition, das Recruiting und kein Kostenfaktor mehr. Und dann kann man auch wieder Sachen ausprobieren und man kriegt auch die Leute dafür. Wir werden Stellenanzeigen kommuniziert. Das heißt also, Stellenanzeige ist da. Wie wird sie geschaltet? Wo wird sie geschaltet? Da ist sogar jetzt mittlerweile die Online-Jobbörsen sind vor der eigenen Karriere-Seite. Das heißt, es muss irgendwie auch noch Unternehmen geben, die vielleicht gar keine eigene Karriere-Seite haben. Sonst gehe ich mal davon aus, dass sie erstmal auf der Karriere-Seite geschaltet wird und dann auf Online-Jobbörsen. Aber die Online-Jobbörsen sind wieder ganz vorne, nachdem sie kurz mal von der eigenen Karriere-Seite überholt werden. Dann auf Platz 3, auch mit 75 Prozent Social-Media-Business-Netzwerke. Da passiert auch einiges. Muss nicht immer jetzt die bezahlten Sachen sein. Viele schalten ja auch in den Gruppen direkt auf den Marktplätzen. Kann man ja auch sehr kostenlos für 28 Tage dann schalten, bei Xing zum Beispiel. Und auch da kann man dann Traffic generieren. Ich sehe das bei mir in der Gruppe, in der Recruiter-Community, dass da durchaus mal 200, 300, 400 Klicks auf die Anzeigen für Recruiter generiert werden. Und das muss man sonst ja teuer bezahlen, ob das jetzt bei Indeed oder bei StepStone oder sonst wo ist. So, und dann haben wir dann Bundesagentur für Arbeit nochmal. Das sollten ja sowieso alle machen, obwohl es keine Sanktionierung gibt. Und dann haben wir hier als nächstes Messen auf Messen mitgenommen. An Mitarbeiter für Mitarbeiter Empfehlungen, damit die dann auch sagen können, ob sie jemanden kennen. Social Media, soziale Netzwerke ist Facebook und Twitter dann hier mit drin. Also die würden dann gegebenenfalls hier noch oben drauf gerechnet werden. Drauf nicht, aber parallel dann sozusagen. Da könnte man sehen, dass das Social Media noch mehr Bedeutung bekommt. An interne Mitarbeiter. Printmedien nimmt ab. Der grüne Balken hier oder grüne Strich geht auch deutlich runter. Personalberatung nimmt auch ab. Was nicht unbedingt heißt, die Personalberatung, die Branche boomt und sagt immer, sie macht höhere Umsätze. Was ich aber nicht unbedingt widersprechen muss. Das heißt, der Anteil der Stellenanzeigen oder die an Personalberater gegeben werden, sinken. Die erhöhen dann gegebenenfalls das Honorar. Und wenn die Gesamtanzahl aber steigt, können die trotzdem mehr Umsatz machen, auch wenn ihr Anteil sinkt. Ähnlich wie bei Personalvermittlern. Mitarbeiter Empfehlungsplattformen sind jetzt mal ein bisschen reingekommen. Hier haben wir noch im niedrigen Prozentbereich die First Bird, Talent Tree und Mitarbeiter Empfehlungsfunk. Sing-Geschichte, die externen Sourcing, Dienstleistenden sind noch nicht. Hier kommt, so sagt Herr Hadel, bei Ihnen kommt zu 30 Prozent der kostenfreien Anzeigen bei Indeed. Ja, wenn das noch gut klappt, das ist wunderbar. Das Face, also Indeed geht ja aber mehr und mehr jetzt auch dazu über dieses Scrolling, was die dann machen. Also das Abholen von Anzeigen von der eigenen Seite nicht mehr kostenlos zu machen oder nur noch dann zu machen, wenn Sie auch Premium-Anzeigen schalten. Das ist nämlich sonst, gab es ja sonst die Situation, wenn ich auch eine Premium-Anzeige schalte und dann bin ich aber bei den danach folgenden organischen Ergebnissen, auch auf Platz 1, 2 oder 3, ist die Notwendigkeit dafür gar nicht so groß. Und das haben dann auch einige gesehen und gesagt, ich bin auch schon drin, warum soll ich denn bezahlen? Und so reagiert dann Indeed drauf, dass Sie dann sagen, naja, dann crawlen wir heute nicht mehr, dann müsst ihr halt bezahlen, damit wir euch crawlen. Also das mit den kostenfreien Anzeigen kann dann auch schwieriger werden. Indeed geht, externe Sourcing, Dienstleistende, was ist das ja, wenn man jetzt jemandem sagt, such du mal für uns. Wir haben ja, es sind neu aufgekommene Anbieter, die sagen, wir machen das jetzt nicht mehr so wie bei einem Personalvermittler, nur auf Erfolgsbasis oder wie beim Personalberater mit Drittelregelung, sondern gibt uns das und das kostet euch, keine Ahnung, 3.000, 5.000 Euro, die besuchen wir für euch die Leute. Kann man ja auch machen, also ist so eine Art Active Sourcing-Unterstützung dann extern, aber ist nicht so stark verbreitet. So, hier sehe ich auch schon Indeed crawlt nicht mehr alles, ja, das ist auch so. Stellenanzeigen über eBay-Kleinanzeigen durchaus, gerade im gewerblichen Bereich, habe ich das häufig gehört, gerade auch von Personaldienstleistern, dass das gesehen wird und auch genutzt wird, kann ich nur empfehlen, eBay-Kleinanzeigen sind kostenfrei und dann das darüber zu schalten. So, jetzt muss ich gucken, hier, was haben wir noch? Inwiefern wirken sich die immer neuere, die ja schon hauptsächlich von Unternehmen genutzt werden, auf Personalberatler, Vermittler aus? Naja, einiges müssen halt, normalerweise werden ja Personalberater, Personalvermittler eingeschaltet, wenn die Unternehmen nicht mehr so gut selber was finden können. Also, das heißt, die Personalberater, Personalvermittler müssen noch besser sein als die Recruiter, die internen Recruiter. Und das heißt, die müssen also ganz vorne, auch technologisch ganz vorne sein. Einige sind das auch und die anderen, für die wird es dann schwieriger, wenn sie sagen, es gibt auch Unternehmen, die sagen schon, ja, such mir mal, aber bring mir keine Kandidaten von Single-Lied in. Nein, das können wir selber, das machen wir auch selber. Und deswegen die Personalvermittler, Personalberater müssen Recruiting-Technologien nutzen, um besser zu sein als die internen. Das kann gerade vielleicht, Sie haben einige Arbeiten ja mit Matching-Software auch, das geht ja nicht nur in Richtung Anzeigen, das geht ja auch in Richtung Bewerber als Möglichkeit, um dann Kandidaten zu bekommen, die die internen Recruiter gar nicht bekommen können. So, was haben wir hier? Welche Zielgruppe bei Ebay? Habe ich schon gesagt, Frau Faber, eher im gewerblichen Bereich klappt das ganz gut. Frau Dobry, wie intensiv wird Telemanage von Single-Nutz? Mit welcher Erfahrung? Das, ich hatte den Telemanager hier mit drin bei den Recruiting-Technologien, muss ich mal kurz zurückgehen. Hier ist auf Platz 2, also die Software zur Suche von Bewerbern in sozialen Netzwerken, gegen Talentmanager, LinkedIn Recruiter. Im Detail, wenn Sie es wissen wollen, müssen Sie noch einen Moment warten. Der Social Media, der Active Sourcing Report, der werde ich dann wahrscheinlich zum Sourcing Summit im April präsentieren. Und da steht dann auch drin, wie weit der Talentmanager genutzt wird, auch was Unterschiede in den Ergebnissen zum LinkedIn Recruiter sind. Solche Details sind dann in dem Active Sourcing Report drin. So, was haben wir noch? Das Indeed nicht mehr Call, ist bei uns kein Problem, wir müssen es selbst machen. So aufwendig ist Copy & Paste von der eigenen Landingpage nicht lange. Gut, kann man machen, wenn man dafür die Kapazität hat. Auch im Kaufmensch bei Sachbeider-Posten laufen bei Ebay-Kleinanzeigen sehr gut. Ja, vielen Dank, das hilft natürlich auch. Ja, helfen Sie sich gerne gegenseitig mit ein paar Tipps. Ansonsten machen Sie es auch in der Recruiter-Community oder wenn Sie im IT-Bereich oder im Ingenieurs-Bereich sind, dann auch in der Tech-Recruiter-Community. Beide sind Gruppen bei Xing. Die Recruiter-Community ist auch bei LinkedIn, dass Sie einfach mal gegenseitig Fragen stellen und auch Antworten geben. Dann können Sie auch gegenseitig helfen. So, dann haben wir noch, wofür wollen Arbeitgeber mehr Geld ausgeben? Schauen wir da mal rein. Und das war auch für mich überraschend. Sie sehen hier ein Knick bei den Social-Media-Business-Netzwerken. Starkes Absteigen hier, warum auch immer. Und ein starkes Ansteigen gleichzeitig parallel bei den Stellenanzeigen Online-Jobbörsen. Das heißt also, es wird auch schon öfter mal gesagt, die Jobbörsen sind tot, es lebe Social-Media und so. Aber bisher konnte ich schon keine Kannibalisierung da erkennen. Die Jobbörsen sind immer noch weiter vorne. Und Social-Media-Recruiting hat sich seinen eigenen Marktanteil erarbeitet. Und hier sieht man es auch dann, wie gesagt, dass jetzt Stellenanzeigen Online-Jobbörsen, dass dafür wieder mehr Geld ausgegeben wird. Und am zweiten, deswegen nicht unbedingt viel weniger, aber nur noch etwas 45 Prozent und eben wollen für Social-Media-Business-Netzwerke mehr Geld ausgeben. Vielleicht haben Sie auch schon langjährige Verträge gemacht und deswegen jetzt keine Mehrausgaben. Aber Stellenanzeigen Online-Jobbörsen, noch mal gucken, was denn da noch mal rauszuholen ist. Welche Online-Jobbörsen sind die führenden? Da darf ich Sie gerne auf, ich gebe das mal schnell ein hier, www.deutschlands-beste-job-portale verweisen. Deutschlands-beste-job-portale, da finden Sie auch nach Zielgruppen die entsprechenden besten Jobbörsen. Das setzt sich dann die beste, ist immer so die Frage, www.deutschlands-beste-job-portale.de Führend kommt immer darauf an, wir berechnen dabei Deutschlands-beste-job-portale einmal die Nutzung und da ist, man wundert sich, aber die Arbeitsagentur doch deutlich besser als alles andere und StepStone ist auch nicht schlecht und dann berechnen wir dann, wie sind denn die Arbeitgeber bzw. Bewerber auch kombiniert dann zufrieden mit der Jobbörse. Also das berechnen wir mit der Suchqualität, mit der Weiterempfehlungsrate. Suchqualität ist, wenn man eine Anzeige drauf findet oder was eingibt und dann guckt sich die Anzeigen an, sind das jetzt 5 oder 10 oder 20 oder 30 passende Anzeigen, weil die Jobbörsen dann, weil sie natürlich was anzeigen wollen, dann auch immer Jobs anzeigen, die aber auch mal was anderes, deutschlandsbeste-job-portale.de deutschlandsbeste, ja stimmt, danke, deutschlandsbeste, also danke für die Korrektur. Und da können Sie aber erst nachgucken, dann auch, da sind dort Listen, sind offen, Sie können dann die angucken, wenn Sie RTler suchen, welche Jobbörsen da die besten sind. Da gibt es auch Hinweise, wo man nochmal nachgucken kann, wie man wissen will, wie Bewerber suchen, nach einer bestimmten Zielgruppe kostenfrei oder wie Arbeitgeber suchen aus einer bestimmten Branche, das steht da mit drin. So, also dann haben wir, da können Sie gerne nachgucken, was haben wir hier als auf Platz 3, sind die Personalberatungen, also Unternehmen müssen dann wo wieder Personalberatungen, das passt zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, die Unternehmen müssen mehr Geld ausgeben für Personalberatungen dann dabei und Mitarbeiterempfehlungen sind stark gesunken, das heißt in Ausgaben für Mitarbeiterempfehlungen, kann auch wieder heißen, Mitarbeiterempfehlungsprogramme sind gekauft, da muss man jetzt keine Zusatzausgaben machen, deswegen ist das auch eine Frage der Interpretation. Bei den Stellenanzeigen, Online-Jobbörsen, da das immer volumenabhängig ist, ist das ziemlich einfach zu interpretieren, bei den anderen muss man ein bisschen überlegen, was es sein könnte. Das haben wir sonst noch hier ein bisschen kreuzend durcheinander, hier Stellenanzeigen, eigene, die kosten hier nichts unbedingt, Printanzeigen, da geht es sogar wieder ein bisschen hoch, obwohl sonst Print eigentlich insgesamt runtergegangen ist, aber kann auch sein, dass da wieder mehr Geld verlangt wird, man weiß es nicht. Aber die wichtigste Sache ist der Stellenanzeigen, Online-Jobbörsen, da soll wieder mehr Geld für ausgegeben werden, was mich doch sehr verwundert hat. Gut, und im Nachgang hatte ich schon gesagt, Sie bekommen dann einen Link zum kostenfreien Download der ECR-Recruiting-Trends und da können Sie das auch nochmal im Detail nochmal nachlesen, mit Interpretationen und mit Aufzählungen dabei, falls Sie das für interne Präsentationen dann brauchen, können Sie es rauskopieren und nutzen dann dafür. Die Kurven bezwegen sich, der Sprung von Jahr zu Jahr, kann das sein, wie gesagt, man soll mit der Empirie nicht streiten, wir können nur fragen, die Antworten kommen dann, man kann auch mal gucken, ob sich die Zusammensetzung gegebenenfalls ändert hat, aber bei 800, 900 Firmen ist das dann schon, im Vergleich sieht das dann immer schon ziemlich aus, aber es sind halt Trends, die dann vielleicht die einzelnen Unternehmen gar nicht so genau wissen, aber wenn man sie dann mal alle zusammenfragt, dann kommt das dabei raus. Den Link zu DSGVO teilen, zu der Verordnung selber, kann ich auch machen, schicke ich Ihnen einen Nachgang, schicke ich Ihnen mit, da haben Sie dann so ein paar Sachen, wenn Sie dazu noch Fragen haben. Ach ja, das war wegen der WWR-Management-Systeme, ja, kann ich machen. So ein paar Links dazu, auch zu Multiposting-Sachen, kann ich Ihnen was mitschicken, zum E-Recruiting-Software-Report, dass Sie da dann auch die Erkenntnisse umwandeln können. Ja, gibt es sonst noch Fragen dazu? Parallel mache ich hier mal so ein bisschen Werbeeinblendung, damit Sie wissen, was das ICR eigentlich macht. Also Recruitment Performance Management, wir versuchen, Ihr Recruiting zu verbessern, aber wie gesagt, Fragen gerne hier noch im Chat, dann sehen das auch andere, das vielleicht sein könnte, noch was interessant sein könnte für Sie. Wenn Sie also hier mal die Kosten reduzieren wollen oder Besetzungszeit oder Qualität verbessern, je nachdem, was Ihr Problem ist, wir machen dann auch Checks über die verschiedenen Felder im Recruiting, sodass Sie dann auch genau wissen, was Sie verbessern sollten. Ach so, dann habe ich nämlich auch noch, jo, dann habe ich noch eine Frage, sehe ich gerade, wo Sie jetzt gerade hier zum Webinar hier, genau, wenn wir schon fast dabei sind, bevor Sie sich dann verschwinden. Kurze Frage, wie hat Ihnen das gefallen? Ob Sie vielleicht das meiste schon wussten oder hier ist noch eine Frage, sind Social Ads zu empfehlen? Ja, wie habe ich schon vorhin gesagt, also man kann ja die Zielgruppen sehr genau damit adressieren und vor allen Dingen, wenn man das noch kombiniert, nicht auf eine Landingpage zu gehen, sondern auf die, um ein Chatbot einzuschalten. Chatbots gibt es so ab 5.000 Euro, die man dann einschalten kann. Dann gehen die Leute nicht auf eine Stellenanzahl, auf eine Landingpage, sondern gehen direkt ins Engagement sozusagen. Also werden gleich Fragen gestellt und man kann dann die Informationen schon rausholen. Das kann eine sehr lukrative Sache sein. Und mal gucken, sind das die Zahlen von Deutschland? Ja, die Zahlen für die Schweiz aus, müsste ich extra auswerten, ist möglich, die Auswertung. Es müssten auch ungefähr irgendwie 80 oder 100 Schweizer dann in den Daten ausselektierbar sein. Welche Engineering-Gruppe hatten Sie auf Xing genannt? Tech Recruiter Community. Das ist gar nicht, wie ich es eingeben. Tech Recruiter Community. Einfach so mal eingeben. Dann kommen Sie da hin. Für Österreich gibt es auch ähnliche Daten. Wir haben immer so in den Daten immer so 10% Schweizer, 10% Österreicher und 80% Deutsche drin. Das sind jetzt da, wie gesagt, Daten für Deutschland. Zum Thema Chatbots wäre auch mal ein Webinar interessant. Ja, können wir machen. Da gibt es auch ein paar Daten, gibt es auch ein paar Beispiele schon, so die man nutzen kann. Ja, auch mal können wir machen. Sonst noch Fragen hier dabei sind. Achso, ich wollte uns die Ergebnisse präsentieren. Was haben wir hier dabei? So, wir haben hier in grün das meiste interessante Veranstaltung und dann haben wir hier noch in gelb hochinteressant. Das war jetzt nicht ganz so viele und dann haben wir hier noch ganz interessante Infos, aber das meiste wusste ich schon. Das ist ja interessant, dass Sie es schon wussten. Vielleicht haben Sie das anderswo schon gesehen, aber das sind jetzt die neuesten Ausgaben und geht so, sagen hier noch mal 2%. Also insofern haben wir hoffentlich Ihre Wissensdurst ein bisschen löschen können. Gut, dann haben wir hier noch mal besten Dank für die Information. Ja, Recruitment Fitness Check habe ich noch gesagt. Recruitär Fitness Check. Aber das sehen Sie auch alles dann hinterher in der Präsentation, wenn ich Ihnen die zumelde, den Report selber, den Trend Report, dann können Sie das alles noch mal nachlesen. Und wenn Sie Interesse haben, es sind noch Kontaktdaten drin, wenn das sind, dann können Sie Interesse haben, können Sie sich gerne auf mich zukommen. Wirklich sehr klasse. Danke schön. Danke für etwas Neues dabei. Wunderbar, das freut mich. Und ja, dann würde ich jetzt, wenn Sie keine, ich gebe noch mal 2 Minuten Fragen. Wenn Sie keine mehr Fragen haben, dann machen wir in 2 Minuten Schluss. Vielen Dank. Kommen keine Fragen mehr, dann mache ich jetzt gleich Schluss. Sie werden im Anschluss wahrscheinlich auch noch von dem Software-Provider EduDip auch noch mal eine Befragung bekommen, wie Sie das fanden. Da darf ich Sie auch bitten, dann gerne noch mal Ihre Sternchen zu verteilen. Das ist immer ganz gut für die Reputation dann der Webinar. Dankeschön. Also da kommt noch, welche Zielgruppen wurden hier befragt nach Unternehmensfrage? Frau Siel, jetzt muss ich mal gucken, befragt nach Unternehmensfrage. Die Frage weiß ich jetzt nicht. Also Zielgruppen kann ich Ihnen sagen. Oder die teilnehmenden Unternehmens, nach Größen und nach, was habe ich gesagt, Größen und nach Branchen und sowas, alles Unternehmensgröße. Ja, das müsste ich nachgucken. Also ich glaube, im Report ist es drin. Hier habe ich es jetzt in der Präsentation nicht dabei, aber im Report müsste es drin sein. Sind alle Unternehmensgrößen dabei, weil wir eben mit 800, 900 Firmen haben wir da alles mit abgebildet. Beispiele, die bei Unternehmen funktionieren, wären toll. Das können wir mal gucken. Also sind ja jetzt nur Trends. Kann man natürlich gucken dann, wenn man so die Trends heißt ja dann auch, dann jetzt will keiner ein BWM-Management-System sehen, aber vielleicht wie ein Chatbot funktioniert, wäre vielleicht interessant. Aber das würde wahrscheinlich jetzt die Dreiviertelstunde etwas sprengen, aber vielleicht machen wir dann separate Seminare, haben wir auch schon gehört, dann Chatbots wäre interessant. Vielleicht sagen Sie noch, welche Teilbereiche davon, von diesen gezeigten Trends für Sie interessant sind und dann können wir gucken, ob wir dafür dann separate Seminare machen. Geben Sie einfach in den Chat ein, was Sie thematisch interessieren würde, dann machen wir dafür, gucken wir, ob wir das separate Seminare machen können. Also jetzt einfach mal Ihre Wünsche in den Chat eingeben. Chatbots wären interessant, ja. Alle wollen Chatbots sehen. Das können wir auch entkriegen. Ja, die DSGVO unterscheidet nicht zwischen Freelancern und Unternehmen, also da müssen sich alle dran halten. Wie sieht das Mobile Recruiting? Das ist ja schon ein bisschen durch das Thema. Da mache ich gar kein Seminar mehr zu machen. Werber, Management, Sefor und Nachteile? Ja, könnte ich auch mal machen. Da gibt es auch im Sammelbuch. Sie meinen das von 2017, das Recruiterbuch, meinen Sie das, Frau anonyme Teilnehmerin? Weiß ich nicht, genau. Ja, dann mache ich Ihnen einen Link dazu und hänge das nochmal rein. Genau, stimmt, da habe ich so, was so an 2017 an interessanten Beispielen war, aus Unternehmensrichtungen da gesammelt und die besten da zusammen gemacht. Dann werde ich da nochmal einen Link rein. Danke für den Hinweis. Weiß ja nicht, wer es war, aber auch dann an Sie, anonyme Teilnehmerin. Vielen Dank, dann hänge ich das nochmal mit dran. Das Recruiting-E-Book 2017. Da sind auch Chatbots auf jeden Fall mit drin, sobald ich weiß. Ich schicke Ihnen das zu. Ich habe ja Ihre E-Mail-Adressen und dann schicke ich Ihnen das zu. Und im Praxishandbuch Social Media Recruiting steht auch einiges drin, das ist aber jetzt nicht immer ganz neu. Der Redaktionsschluss war dann schon im März letzten Jahres, da sind nicht immer die ganz neuesten Sachen drin, aber es ist halt ein Buch. Und im E-Book kann man noch mehr Sachen reintun. Gut, das heißt also, Sie bekommen alle weiteren Infos dann in Kürze per E-Mail und dann können Sie sich das dann separat angucken. Dann bedanke ich mich nochmal und auch für Ihre Fragen und Hinweise und sage mal Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.